2020 hat uns gezeigt, was online geht, wenn sonst alles stillsteht. Jetzt geht Online Erwachsenenbildung in einer neuen Qualität weiter. Das möchten wir sichern und gestalten. Wie? Darum geht es im eBEMUK-Fokus 2021 Erwachsenenbildung in Online-Räumen. Der Kurs ist kurz und knackig und der Name ist Programm. Wir fokussieren auf vier Themen. Die neuesten Online-Formate, die Live-Online-Didaktik, die nötige Infrastruktur und das entsprechende Management. Wir starten gemeinsam gleich nach dem Sommer. Einfach, übersichtlich und natürlich kostenlos. Ein Angebot für alle Kolleginnen und Kollegen im Training und Management. Lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns auf Sie.